Seid gegrüßt. Bei mir sind hier 30 Grad in meiner Wohnung auch, deswegen habe ich mir gedacht wird es mal Zeit für einen kalten Bild und habe mich für eine Frost Nova Zauberin entschieden. Okay Spaß beiseite. Es ging mir eigentlich darum, ich wollte einfach mal schauen ob das spielbar ist dieser Bild und ich wollte außerdem mal versuchen ein Bild zu erstellen, der das Sumpfloch fahren kann weil das Sumpfloch eine neue 85er Gegend ist mit drei Etagen am Ende sogar eine goldene Truhe aber es ist die schwerste Gegend die es überhaupt gibt im Spiel weil wir dort Puppen und Seelen haben und zwar fast immer also ein Run ohne Puppen oder Seelen habe ich bisher noch nie gehabt in meinem Testen ist aber möglich aber ihr könnt euch schon mal darauf einstellen ihr müsst Puppen und Seelen fahren. Das heißt also ich wollte ein Bild der schön defensiv ist also Energieschild na klar und für Energieschild hast du halt dann nicht ganz so viele Skills übrig wie zum Beispiel bei Blizzard da braucht man ja 100 Punkte oder so weil der so viel weil es 4 Synergien hat das heißt Blizzard ist da schon mal ein bisschen rausgefallen und Frostsphäre gefällt mir nicht so sehr für dieses Gebiet weil die einfach mir zu langsam ist gegen große Mengen an Gegnern und so eine Nova ist halt da eigentlich am geilsten und deswegen habe ich Frost Nova probiert und bin sehr überrascht gewesen wie stark das ist wenn ihr also kurz noch mal zu dem Bild ich habe jetzt hier ein Endgame Bild weil ich ja das Sumpfloch farme wenn ihr aber nicht das Sumpfloch farmen wollt sondern irgendwas anderes was nicht immun ist gegen Kälte das sind zum Beispiel die alten Tunnels in Akt 2 ist auch eine 85er Gegend oder die Spinn Monster Gruft in Akt 3 dann braucht ihr nicht diesen Endgame Bild wie ich jetzt hier den vorstelle sondern dann könnt ihr an allen Ecken Budget sparen das heißt also eine Frost Nova Zauberin die ist spielbar und auch mit weniger Budget als das was ich jetzt hier im Video zeige ich werde auch ein bisschen darauf eingehen wo man sparen kann das schöne ist ihr braucht kein Infinity keine Unendlichkeit weil ich ja jetzt hier eine Gegend mehr ausgesucht habe ohne Kälteimmune und außerdem hilft Infinity sowieso nicht wirklich gegen Immune weil die kaum gebrochen werden können von der Aura das heißt also ein Einsichtsöldner da spart man dann schon mal Budget aber trotzdem habe ich jetzt hier ein paar richtig teure Items an ich zeige jetzt das Gameplay als erstes damit ihr erst mal seht warum dieses Sumpfloch so schwer ist ich bin jemand der immer im Battle.net alleine spielt meistens alleine das heißt ich zeige euch jetzt erst mal ein Players 1 Run ich werde danach trotzdem auch noch mal Players 3 zeigen aber ganz ehrlich dieses Gebiet hier würde ich eigentlich niemals auf Players 3 fahren weil die Puppen einfach dann noch deutlich mehr Schaden machen wir Seelen auch und ihr seid dann wirklich auch ziemlich lebenswilde wenn ihr euch hier mit Players 3 runter wagt ich werde es trotzdem einmal zeigen für die Wissenschaft bei mir ist jetzt die Map aufgedeckt weil ich hier im Single Flayer unterwegs bin den Bild habe ich jetzt hier erst mal im Single Flayer getestet aber ich habe echt Bock mir den in der nächsten Ladder direkt am Anfang zu bauen statt einer Nova Zauberin dann eine Frost Nova Zauberin und dann hier schön diese drei Gebiete Farm also Spinnenmonster-Kruft vielleicht dann das Sumpfloch wenn ich halt genug Items habe aber da brauche ich erstmal auch diesen Bild hier fast vollständig aber die anderen beiden Regionen die gehen deutlich schneller also deutlich früher so in dem letzten Gebiet hier da sind kaum Monster deswegen müsst ihr da eigentlich immer nur die Truhe suchen und dann könnt ihr das schon wieder verlassen bei mir in allen meinen Tests wenn ich die Map resettet habe aus irgendeinem Grund war immer links oben die Truhe ich weiß nicht also ob die immer gleich aussieht hier die Gegend oder ob das einfach komplett Zufall war also jetzt ist natürlich die Map eh aufgedeckt aber ich habe die immer mal wieder resettet um zu schauen wie sich die so ändert und die war immer identisch hier aber das ist jetzt erstmal nur eine Theorie vielleicht war es wirklich nur Zufall also auf Players 1 geht es richtig easy ihr könnt auch in große Mengen von Puppen und Seelen wirklich einfach rein blinken rein springen und geht nicht down also mir ist bisher noch kein Tod passiert in den Tests auf Players 1 auf Players 3 ist es einmal sehr knapp geworden auch nicht gestorben aber es war wirklich knapp deswegen würde ich zweimal darüber nachdenken ob wir das in Players 3 machen wollt und das machen wir jetzt aber einmal für die Wissenschaft auch will ich ja vor allem zeigen wieviel Schaden bei Players 3 am Ende noch rum kommt Riesengruppe an Seelen, Puppen also es geht alles sehr schnell down auch auf Players 3 das ist ja schon mal wichtig es droppen halt wirklich viele Items hier in diesem Gebiet also es ist echt ein geiles Gebiet wenn man es farmen kann ok also hier haben wir Heldenseelen Puppen Conviction Zombies sorry für das ganze Englisch und da ist mein Mana gerade sogar fast leer gewesen jetzt schauen wir mal wie schnell sich das auffüllt bam 3800 Mana wieder voll ich habe gar keinen Schaden bekommen aber mein Mana war relativ niedrig normalerweise würde ich jetzt hier natürlich auch so eine Rare Schuhe aufnehmen und mir mal angucken jetzt habe ich auch noch den Fluch drauf da hauen die Puppen richtig rein die Explosion wird dadurch noch deutlich schlimmer aber insgesamt geht es auch auf Players 3 sogar relativ gut ich gehe mal hier nochmal an die Puppen ja XP schreien den könnte ich mal nehmen vor allem weil dadurch der Fluch nämlich verschwindet so aber der Run hier ist sogar gerade richtig angenehm auch auf Players 3 ja Zombies sind die mit den meisten leben also da dauert es auch mal ein bisschen das waren aber jetzt auch Diener aber ich bin echt happy so mit dem Tempo hier dafür dass es ein Bild ist den man nicht mal auf dem Schirm hatte dass er überhaupt spielbar ist da bin ich echt begeistert so eine dritte Etage da werde ich jetzt abkürzen und mal direkt zur Ruhe weiter tillen und damit wäre jetzt der Run beendet ich zeige jetzt mal noch ganz kurz weil das jetzt so schnell ging das mache ich aber jetzt wieder auf Players 1 die sind aber eh easy peasy die nächsten beiden Gegenden das ist nämlich zum einen die Spin Monster Gruft auch immer direkt am Wegpunkt und hat auch keine Kälte Immun Monster also das sind super Gegenden zum Farmen für die Frost Novat Zauberin was lag da eine Maske und die haben auch nicht mal Kältereses hier also die haben immer also die Spin haben alle null Kältereses hier in der Region ich gucke aber gleich nochmal nach ich will euch das auch nochmal zeigen die Kälterese der Monster denn das ist nämlich wichtig dann für den Skill Build wegen der Kältebeherrschung die ja die Resistenzen runter nimmt also die Spin haben auf jeden Fall schon mehr Leben dafür dass es Player 1 ist brauche ich schon immer mal so 4 Frost Novas damit die down gehen aber insgesamt fand ich das trotzdem jetzt hier ganz angenehm dann könnt ihr eigentlich auch direkt wieder raus zum Wegpunkt dann hier in die vergessene Stadt das ist jetzt die bekannteste Kälte Zauberin Farmen Gegend denn die gab es ja schon immer das war schon immer so eine 85er hier will ich einfach nur weiter hier ist es auch schon so und hier könnt ihr dann auch nochmal durch huch mein Controller ist buggy ist gerade eingerastet ich drücke gar nichts jetzt der teleportiert immer weiter Moment mal ok geht wieder ich musste einmal in die Maus jetzt gehen gar keine Tasten mehr ich mach die mal kurz an und wieder aus na toll das hatte ich noch nie mein Controller geht nicht mehr vielleicht sind die Batterien alle ne aber ich kann ja laufen ich schau mal kurz das Spiel neu Mensch ich guck mal kurz ob wieder ok kann wieder zaubern den Bug hatte ich noch nie stell euch mal vor der passiert in Hardcore wow das wäre aber übel ich glaube der Bug ist entstanden weil ich im Loading Screen schon Tasten gedrückt habe ich kenne das von anderen Spielen wenn man im Loading Screen irgendwelche Tasten drückt war das in anderen Spielen immer mal so dass es dann zu solchen Bugs kam aber in Diablo ist mir das noch nie passiert und mein Controller ist auch nicht kaputt ich denke es war gerade ein Bug der von Diablo verursacht wurde ich werde das jetzt aber nicht rausschneiden aus dem Video warum weil ich da einfach ein bisschen zu voll bin es macht nämlich übel aufwand da irgendwas rauszuschneiden ja also das ist hier halt die klassische Farm Gegend schön viele Monster viele Boss Gruppen und das ist also für eine Frost Nova Zauberin richtig geil und ich finde es echt besser als Blizzard also vom Tempo her du triffst halt einfach mehr Monster das ist halt das Ding Blizzard hat halt echt nur so einen kleinen Radius und irgendwie fühlt sich Blizzard für mich immer nicht so angenehm an für so große Mengen von Gegnern jetzt habe ich die Truhe noch nicht gefunden oder? hier rechts müsste sie sein Knochenschild, Truhe und fertig ok dann beenden wir jetzt erstmal das Gameplay und kommen zum Gear zum Skilltree und ich stelle mich auch nochmal nach Akt 3 weil es ja eigentlich für Akt 3 gedacht ist so also fangen wir mal an das ist eine Energieschildzauberin und wir machen die Stats als erstes weil das halt am leichtesten ist natürlich wie immer so viel Stärke dass ihr euer Gier tragen könnt und dann Energie den Rest und fertig Resis bei Energieschild sind Blitzresis wichtig gegen die Seelen für dieses Sumpfloch ja denn die Seelen also bei Energieschild ist es ja so dass eure Resis ignoriert werden der Schaden der vom Mana abgezogen wird ja da werden Resis ignoriert aber das was durchkommt und auf euer Leben geht dort werden dann die Resis wieder verrechnet und weil die Seelen so viel Schaden machen braucht ihr auf jeden Fall gemakste Blitzresis und manchmal habt ihr halt so ein Gift auf euch das ignoriert halt Energieschild und es gibt manchmal so ein super Gift also es gibt halt Gift was fast gar keinen Schaden macht aber ihr kennt das bestimmt alle manchmal werdet ihr vergiftet und auf einmal tickt das so schnell runter dass ihr nicht mal mit Lebenstränken oder so gegenheilen könnt und für solche Fälle sind gemakste Blitzresis äh Giftresis auch relativ wichtig aber Blitz ist erstmal wichtiger denn gegen Gift könnt ihr ja dann auch mal ein Pot nehmen was nicht ganz so schlimm ist aktuell habe ich 241 Magic Find sogar auf dem Bild und ja 105 FCR genau die Breakpoints kann ich kurz zeigen ihr kennt das ja bei Zauberern vermutlich alle schon auswendig aber es sind natürlich ähm beim bei Zauberrate am 100 warte wo ist sie wo ist sie hier da 105 FCR 200 und 63 und der klassische Breakpoint den man ansteuert sind einfach 105 weil der sehr leicht zu erreichen ist und einfach dann sehr viel bringt so die Faster Hit Recovery also schnellere Erholung ist auf einer Energieschildzauberin nicht wirklich wichtig weil ihr ganz selten in diese Erholungsanimation reinkommt ja weil es darum geht dass ihr ein 12 der eurer Lebenspunkte verlieren müsst in einem Tick und dann erst wird die Erholung ausgelöst und das passiert halt selten bei dem Bild mit einem hohen Energieschild aber mit Geist habe ich auf jeden Fall den 42er und die fehlenden 5 für den 60er die waren es mir dann nicht wert weil ich eben ein Energieschildbild bin so dann kommen wir zu den Skillpunkten dort habe ich Frostnova gemaxst Blizzard gemaxst und Frostphäre gemaxst weil das Synergien von Frostnova sind ich habe nur einen Punkt in Kältebeherrschung die wird aber dadurch schon so hoch gepusht dass ich bei minus 145 bin mit BO sogar bei minus 150 mit meinen Items sogar noch weniger und ein Punkt in Eisrüstung ein Punkt in Wärme dann die Telekinese gemaxst ein Punkt in Teleport natürlich der ist auf 18 weil Enigma plus 1 noch gibt und alles andere in Energieschild also hier bin ich jetzt nicht wie bei der Nova Zauberin in Wärme gegangen weil ich Einsicht spiele sondern habe alles in Energieschild gepumpt was ich übrig hatte und das ist aber auch extrem wichtig beim Sumpfloch weil ihr sonst sterbt also ich habe hier mit BO dann ein 88% Energieschild und das ist wirklich wichtig für den Bild wenn ihr woanders farmt ich wiederhole mich da ja aber dann ist es nicht so wichtig aber im Sumpfloch braucht ihr das so und jetzt zeige ich euch den Bild der für mich am Ende gewonnen hat also ich habe alles mögliche getestet und ich zeige euch auch gleich was ich noch so für Alternativen getestet habe und vergleiche die miteinander aber dieser Bild jetzt ist der der für mich am Ende gewonnen hat und das ist halt natürlich ein Klafter des Todes der kommt immer vor ich habe jetzt extra keinen perfekten hier genommen zum testen sondern einen 28er habe ich genommen keinen 30er mit einer 5,5 Facette dann 33,35 Blitz und Feuer und der hat halt nur 20 Zauberrate nicht wie ein Hoto mit 40 und das ist halt das Problem ihr habt also das ein bisschen schwerer diese 105 FCR zu erreichen dann habe ich erstmal zum Herzstück des Bildes eine Enigma das ist natürlich ein Bonzen Item aber für dieses für Sumpfloch ist das für mich absolutes Pflicht Item natürlich hat das zwei Zahlen Fertigkeiten ganz wichtig sind 95 Magic Find ja für diesen PVM Farmbild da wollt ihr Magic Find ist klar 71 Stärke sind unglaublich viel Mana weil ich die Stärke ja dann nicht ausgeben muss und in Energie skillen kann aber das worum es geht sind 14 Leben nach jedem Kill das ist die Nummer 1 Eigenschaft die Enigma für Energieschild Builds so wichtig macht weil ich nun mal ab und zu gerade im Sumpfloch Leben verliere und ich habe sogar eine Gebets Aura aber trotzdem würde mein Leben immer mal runter gehen und durch Enigma geht das immer wieder hoch wenn ich 10 Monster kille habe ich sofort wieder plus 140 Leben und das ist einfach nur genial das ist dadurch halt so ein unsterblicher Bild dann habe ich einen Reif das ist einer der relativ günstig auch ist zu Ertraden einfach nur 3 Kälte 20 FCR 2 Sockel die sind nicht begehrt weil kaum ein Bild die Dinger wirklich spielt aber in meinem Bild ist das jetzt hier die beste Option weil ich nun mal die Zauberrate brauche und die Alternative wäre ja das hier Nacht Nacht Schwinges Schleier und der hat 2 Zellen Fertigkeiten 15 zu Kälte Schaden wenn er perfekt ist und 1 Sockel rein also hat er dann sogar plus 20 Schaden aber 2 Skills und 20 Schaden das kann ich auch gerne mal durch 3 Kälte und 10 Schaden ersetzen wenn ich dafür die 20 FCR mit drauf habe und es macht im Schaden nur einen minimalen Unterschied kann ich kurz mal zeigen warte ich muss dafür aber BO anmachen also der Unterschied im Schaden jetzt habe ich den Reif wir sind bei ich gucke jetzt nur auf den Max Schaden 1.941 und mit Nachtwingen mit 2 perfekten Facetten bin ich bei 2019 also der Schaden ist mehr mit Nachtwings Schleier aber nicht sehr viel mehr also eigentlich nur ein bisschen mehr und deswegen habe ich mich für den Reif entschieden dadurch habe ich nämlich dann die Handschuhe frei dort hätte ich sonst Magerfaust tragen müssen und schaut auf mein Mana BAM von 3.258 gehe ich jetzt auf 3.800 und alles nur also die Kosten dafür sind halt 60 weniger Schaden und im Sumpfloch gehe ich das gerne ein würdet ihr jetzt ein anderes Gebiet farm von den leichten Gebieten dann gerne den Helm nutzen und die Handschuhe aber ich muss halt überleben das ist bei meinem Bild hier wichtig so dann das Amulett dort ein Rare Amu ich habe schon geschaut wie viel die kosten also das ist jetzt nicht unbezahlbar denn es hat nur in Anführungsstrichen 10 FCR und viele diese Amus für Zauberin werden erst so richtig teuer ab 17 und 20 aber das hier mit Allresi obendrauf habe schon geguckt 2 Zauberin 10 FCR 19 Allresi ohne alles ist ungefähr bei Low- oder Sur-Rune das ist also für die Leute die schon einiges gefarmt haben bezahlbar in meinem Fall jetzt sogar noch mit 59 Mana obendrauf dann ist man schon im Bär-Rune-Bereich also eine Bär und vielleicht sogar manchmal auch zwei oder eineinhalb Bär-Rune also richtig teuer auf jeden Fall aber ich wollte halt hier alles rausholen aus dem Bild das ist Endgame wenn ihr weniger Budget habt dann lasst einfach das Mana weg oder lasst sogar die Allresi weg und farmt halt dann das Sumpfloch nicht sondern eine andere Gegend also ihr könnt hier immer ganz schnell das Budget sparen wenn ihr halt eine Eigenschaft weniger habt und dann einfach in die anderen Gebiete geht dann Geistschild ist sowieso klar das tut mir leid hier ist das liegt an diesem Heldeneditor aus irgendeinem Grund ist immer Blockrate und Blockchance drauf ansonsten ist das ein normales Geist aber denkt euch das weg das spielt aber eh keine Rolle weil ich null Blockchance habe ich weiß nicht warum in dem Heldeneditor das so hinterlegt ist dann nutze ich Kriegsreisende warum weil ich halt im PVM natürlich Magic find möchte außerdem 10 Stärke gibt mir also auch nochmal 10 Energie es gibt theoretisch aber eine bessere Option und zwar wären das gecraftete Caster Schuhe die habe ich jetzt aber bewusst nicht angezogen weil es so richtig gute Caster Schuhe einfach noch nicht gibt in D2R ich selbst habe schon ganz viel gecraftet und habe ja auf meinem auf meiner anderen Zauberin die ich schon vorgestellt habe im Bnet habe ich ja dann am Ende auch solche Schuhe angehabt aber die waren halt nicht so gut die hatten aber Mana Bewegungsgeschwindigkeit Giftresi aber ich wollte hier nur mal zeigen wie der Traumschuh aussieht das ist also ein Craft Rezept das hat 10 bis 20 Mana 3 bis 5 Max Mana und 5 bis 10 Mana Regeneration und dann könntet ihr noch 4 Mods drauf haben das wären zum Beispiel 30 Bewegung was nicht ganz so wichtig ist auf Zauberin aber 40 Mana könnten dann noch oben drauf sein also gehen die bis zu 60 Mana dann Giftresi bis zu 40 da reichen natürlich auch 30 und Magic Find könnt ihr auch noch drauf haben bis 25 und das wäre jetzt hier so dieser absolute Traumschuh für PVM wollte ich nur mal zeigen wer Bock hat kann halt anfangen einfach mal sich die Schuhe zu craften und irgendwann kommt vielleicht mal was halbwegs Gutes raus die hier werdet ihr natürlich niemals erreichen das ist jetzt nur zum zeigen was möglich wäre wenn ihr diese Schuhe an habt mein BO ist schon wieder ausgelaufen ich habe das getestet dadurch dass euch ja die 10 Stärke fehlen von den Kriegsreisen sind habe ich dann nochmal umgeskillt und getestet habe ich das und war dann aber bei 3980 Mana also es ist nur 180 Mana mehr aber dafür habt ihr die Giftresis dann gemakst die ich hier mit solchen Zaubern maxen musste mit den anderen Schuhen hättet ihr die dann halt leichter gemakst aber es ist jetzt auch nicht so dass die Schuhe absolut total krank sind sondern es sind halt nochmal 200 Mana oben drauf ja ne dann Handschuhe habe ich glaube schon drüber geredet kurz ich habe jetzt halt Frostbrand einfach für den absoluten Mana Gain der halt schon im Sumpfloch wichtig ist dann kann ich zwei Stein von Jordan tragen dadurch dass ich hier 20 FCR habe und 10 als Option habt ihr natürlich auch einen FCR Ring das könnte so einer sein FCR Stärke Mana und vielleicht auch ein bisschen Giftresi wenn die jetzt nicht zu viel Mods haben dann sind die auch bezahlbar aber dann könntet ihr das Amulett halt austauschen für ein anderes zum Beispiel Maras ja da würdet ihr aber am Ende immer auf ein bisschen weniger kommen als auf das was ich jetzt hier habe es gibt noch die Option und zwar sowas hier das ist jetzt ein gecraftetes Amu weil die natürlich noch mehr Mana haben können als Rares aber eigentlich geht es mir darum ihr könntet ein Amu tragen ohne FCR bei einem Craft habt ihr ja immer 5 bis 10 drauf deswegen habe ich absichtlich jetzt eins mit 7 genommen die sind nämlich dann auf einmal sehr sehr viel weniger wert weil die meisten 10 brauchen und wenn es nicht 10 ist dann ist es wie 0 ihr könnt ihr also auch ein Rare haben das geht bis 90 Mana ein gecraftetes geht bis 110 und das könnte dann zum Beispiel sowas haben wie 25 Stärke 100 Mana und sogar auch noch Magic Find ich habe schon geschaut solche Amus mit Mana und Stärke und 2 zu zaubern die gibt es für ganz wenig weil die Leute immer nur FCR brauchen und ohne FCR tragen sie ein Maras und nach solchen Amus hier sucht keiner die bekommt ihr also sogar für relativ wenig aber nicht das was ich jetzt hier habe weil das halt noch Magic Find hat also das dürfte dann schon auch was wert sein aber theoretisch könnt ihr dann so ein Amu hier tragen und dann halt diesen FCR Ring ja dann habt ihr auch recht viel Mana ihr verliert am Ende halt Schaden und zwar 1 zu Skills weniger aber es ist auch eine Option aber im absoluten Top Bild ist das hier die Kombi die ich halt gewählt habe ok dann der Gürtel ist die Spinnen Monsternetz Scherpe 20 FCR braucht ihr dringend 5% Max Mana 1 zu Skills keine Diskussion dann ruft sie in Waffen für BO und noch ein BO Geist ganz klar dann Skiller ich habe hier 30 Live Kälteskiller sind natürlich auch teuer aber ich habe extra jetzt hier keine 40 plus Dinger genommen sondern 30er die sind alle bezahlbar dann geht's Glück dann so ein paar 7,5er die sind aber richtig teuer das reicht auch wenn ihr 7,3er oder 6,3er oder 6,4er irgendwie sowas nehmt es muss nicht 7,5 sein das ist mir für Bnet eigentlich auch viel zu teuer aber dann könnt ihr auch solche nehmen 7,11 mit Gift Resi oder ihr nehmt welche mit 7,11 Blitz Resi und MF und die sind dann schon bezahlbar Zauberfackel habe ich 18,18 weil 20,20 halt wieder unbezahlbar ist und Anni ist ja eh inzwischen wertlos da habe ich aber auch nur 19,19 statt 20,20 weil das halt wirklich auch bezahlbar ist das ist das Gear Söldner zack der trägt einfach Einsicht und dann Standard Stärke und Andarils das ist einfach Standard und Aura ist wichtig und zwar Gebet denn die hat eine Lebensregeneration das heißt ihr habt dann eine schöne Regeneration auch wenn ihr vergiftet seid und durch Einsicht wird die sogar noch erhöht also die Meditations Aura ist sogar so dass die dann die Lebensregeneration erhöht vom Gebet insgesamt ist es aber trotzdem so dass ihr ohne Enigma zu wenig heilt also mit Enigma das ist also Standard Pflicht für diesen Bild in den anderen Gegenden reicht es eine Gebets Aura zu haben das ist alles zum Gear und jetzt will ich aber nochmal auf ein paar Alternativen eingehen weil ich eh weiß dass manche sagen hey Vipern Magi trage ich oder hey ich trage Ormus und ja das kann man machen aber nicht im Sumpfloch aus meiner Sicht wegen diesem 14 Leben nach Kill wenn das fehlt ist es nicht wirklich spielbar im Sumpfloch in anderen Gebieten könntet ihr das aber ganz problemlos machen das wäre dann zum Beispiel eine Vipern Magi da die 30 FCR dann hat könntet ihr dann den Helm aufsetzen dazu und auch wieder einen Maras tragen oder so ein Amulett hier und genau das habe ich gemacht ich müsste jetzt aber umskillen deswegen zeige ich euch aber einfach die Ergebnisse also Bild wäre Viper, Frostbrand, Nachtschwinges Schleier und dann so ein Amu mit einfach Stärke und Mana ohne Ende und dann kommt am Ende nämlich eine Statistik raus die ich gleich zeige und eine andere Option wäre Ormus mit 3 Frostnova und 15 Kälte auch eine Facette rein klar mit Ormus habt ihr 20 FCR da braucht ihr also auch keinen Reiftragen sondern nehmt dann Nachtschwinges dazu und braucht noch 10 FCR und das wäre dann auch wieder dieses Rare Amulett also der Ormus Bild wäre dann Amulett Nachtschwinges und das war's und jetzt zeige ich euch was da dann rauskommt bam 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 wenn man die vergleicht also Enigma Bild und jetzt habe ich hier immer mich auf die wesentlichen Sachen fokussiert bei den Resis bei und stopp eine Sache noch ich habe bei allen die Charms so gemacht dass ich immer nur diese 7 Fünfer drin hatte und zwar 6 Stück also nicht diese 2 Bonus Charms hier das habe ich jetzt nur beim Enigma Bild dann damit ich Max Giftresi habe und ohne das das habe ich jetzt gerade verdeckt im Bild wäre nämlich der Enigma Bild bei 75 Blitz 51 Gift ich habe dann durch die Small Chumps die Giftresis noch nachträglich gemaxt 227 Magic Find 3800 Mana und 1941 Schaden aber halt diese Leben nach Kill die jetzt hier nicht drin stehen die halt so wichtig sind Ormus ist der Bild der den Schaden maximiert bis zum geht nicht mehr 2348 Max Schaden dafür weniger Mana weniger Magic Find und dieselben Resis wie mit Enigma da würde ich also auch die Giftresis ein bisschen maxen aber mit Ormus würde ich dann sowieso die anderen Gebiete farmen und nicht das Sumpfloch und das lässt sich auch sehen wobei ich halt dann trotzdem mit Enigma so viel mehr Magic Find habe dass sich das schon lohnt aber da ihr mit Ormus mehr Killspeed habt ist es auf jeden Fall ein legitimer Bild für die vergessenen Tunnels oder für die Spinn Monster Gruft mit Vipan Magi habt ihr auch massig Resis dadurch braucht ihr kein Maras und könnt halt dieses gecraftete Amu tragen mit dem gecrafteten landet ihr dann sogar auch bei 3700 Mana und 152 MF das sind aber 20 MF von diesem Amu wenn ihr das halt nicht mit MF bekommt seid ihr dann bei 132 und der Schaden ist ein Tick über dem Enigma Bild mit 2026 also auch vollkommen legitimer Bild kann man spielen und würde man jetzt Ormus oder Viper tragen dann hat man kein Infinity und kein Enigma und dann hat man halt echt auch ein bezahlbaren Bild natürlich kommt das dann noch ein bisschen so drauf an wie gut sind die Charms wie hoch ist der Torch aber da könnt ihr überall in allen Ecken dann sparen und am Ende gibt es sogar ein Bild mit mittlerem Budget der spielbar ist für 85er gegen den vergessenen Tunnel und Spinn Monster Gruft also sehr sehr spannend das hat mir beim Testen unglaublich viel Spaß gemacht dieses ganze hin und her schieben und probieren was jetzt am Ende rauskommt was am besten ist wenn ihr noch Vorschläge habt irgendwas woran ich nicht gedacht habe dann gerne raus damit ich glaube aber es wird schwierig den Bild zu toppen es gibt natürlich auch magische Amus mit 3 zu Kälte und 10 FCR würde ich jetzt aber hier im Sumpfloch wieder drauf verzichten in einem anderen Gebiet wie Vergessene Tunnels könntet ihr so ein 3 10er Amu auch tragen weil dort Mana und Resis halt einfach nicht mehr so wichtig sind ja ok soviel dazu das Video mit 30 Minuten würde ich sagen ist knackig ist jetzt nicht zu lang geworden aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Ding habe ich noch irgendwas vergessen? ja ich habe tatsächlich was vergessen gut dass ich nochmal in mich gegangen bin ich wollte euch noch eine Sache zeigen und zwar geht es nämlich um die Kältebeherrschung dafür gibt es hier so eine schöne Seite und dort könnt ihr euch ja die Gegner Resistenzen anschauen und hier wollt ihr natürlich mal schauen was haben denn die Gegner in der in den Ancient Tunnels für Resis und dort seht ihr dann hier Kälte Resis 0 0 33 0 die Zombies haben 33 Kälte Resis das heißt für die bräuchtet ihr minus 135 Kälte Resis das ist immer ein Fünfer Schritten bei der Beherrschung dann wären die bei minus 100 und das ist das niedrigste was geht mit einem Punkt in Kältebeherrschung hatte ich ja bei mir schon 160 oder so also kein Thema dann gehen wir in Akt 3 dort haben wir nämlich die Swamby Pit und Arachnid Lair die Arachnid Lair hat überall null Kälte Resis das heißt also ihr braucht nur um auf minus 100 zu kommen weiß ich gerade nicht welches Level das war ich glaube Level 17 doch das war dieses klassische Level 17 ihr bräuchtet also nur eine Level 17 Kältebeherrschung und die sind alle auf minus 100 was super geil ist und in den Swamby Pits habt ihr ein paar mehr Resis da gibt es nämlich einmal die Undead Soulkiller das sind die kleinen ich glaube das sind diese Schinder und ihr habt die Puppen und die haben beide 75 Kälte Resis da bräuchtet ihr also eine Kältebeherrschung auf Level 33 glaube ich sogar um die auf minus 100 zu bringen und deswegen gucken wir jetzt nochmal ganz kurz wie hoch ich mit meinem Bild nämlich gekommen bin dafür brauche ich nochmal mein BO zack und ich habe nur einen Punkt drin bin bei minus 150 kommen aber jetzt noch die Facetten dazu hier nochmal minus 5 und hier nochmal minus 10 da bin ich bei minus 165 und das heißt selbst die Dinger mit 75 Kälte Resis landen bei minus 90 mit meinem Bild dadurch bekommen auch die einfach dann unglaublich viel Schaden das war das letzte was ich noch kurz zeigen wollte weil nämlich sehr oft die Frage kommt wie hoch muss denn die Kältebeherrschung und das ist davon abhängig wo ihr farmt wenn ihr Mephisto farmt der hat 75 Kälte Resis dann braucht ihr minus 175 und ich glaube dass das Level 32 oder 33 ist wenn ihr aber die Ancient Tunnels farmt dann reicht Level 17 es gibt also dort keine allgemeine Antwort sondern ihr müsst das berechnen je nachdem wo ihr farmt braucht ihr dann nämlich ein anderes Level so und jetzt bin ich aber durch mit dem Video machts gut haut rein